Hey! Wir ziehen weg. Nach Butte, Montana. Was sagt Bess dazu? Bess sagt du, wenn's mich glücklich macht. In Utah hält dich die Polizei an. Du musst pusten und das Röhrchen verfärbt sich. Sie verhaften dich. Du kommst ins Gefängnis. Aber dein Leben hat sich dadurch endlich geändert. Hallo Engelchen. Wer sind Sie denn? Der Maler. Was ist das? Ein Abschiedsgeschenk für dich. Was tun Sie hier? Streichen. Aber wir wohnen doch noch hier. Was hat er zu bedeuten? Wer denn? Der Wind. Vielleicht zieht dein Hochdruckgebiet heran. Ich weiß das, was ich will. Nicht da draußen ist. Aber es ist auch nicht in mir drin. Es ist wieder da draußen noch in mir drin. Es existiert nicht. Gib zu, dass du mich brauchst. Phoebe Cates. So wie du bisher gelebt hast, kannst du nicht weitermachen. Bridget Fonda. Wenn ich jemanden kennenlerne, gehe ich mit zu ihm und bleibe einfach da. Tim Roth. Ich kann nicht warten. Ich brauche die Verbindung. Es ist vielleicht zu spät, wenn sie sich nicht vereilen. Eric Stoltz. Ich weiß, dass es sowas geben kann. Zwei Menschen begegnen sich und dann... Buddies, Rest and Motion. Wie war er? Jung. Du hast schon Schlimmeres getan. Das haben wir beide. Ja. Eine moderne Komödie über Liebe und Trägheit.